ARD Text im Auftrag von Funk Bis gleich. Tschüss. Hallo. Rüdiger, ich habe nicht viel Zeit. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, was wir noch zu besprechen haben. Hi, Anita. Lust auf einen Kaffee? Also, ich habe es mir nochmal überlegt. Weißt du, wir können ja zumindest Freunde bleiben. Keine Ahnung. Vielleicht mal zusammen ins Kino gehen oder... Oder irgendwas am Wochenende. Ich kann es auch nicht weitermachen. Ohne dich. Das war's schon. Udi, das kommt spät. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich glücklich ohne dich. Freunde sein ist eine schöne Idee, aber das macht doch gar keinen Sinn. Weißt du, so lange waren wir nicht zusammen. Und... Ist doch eigentlich ganz gut, dass sich das so schnell rausgestellt hat, dass es nicht passt. Mit uns. Ich habe auch einen neuen Freund und deswegen geht das nicht. Verstehst du? Aha. Schade. Ich bin ziemlich glücklich, so wie es jetzt ist. Und ich muss jetzt auch los. Mach's gut, Rüdi. Rodders Verlag, Anita Becker. Schönen guten Tag. Sag mal, Rüdiger, ich bin am Arbeiten. Bitte? Nein, ich habe es dir doch erklärt. Und du weißt, ich bin eine echt beschissene Schwimmerin. Stimmt's? Du mir bitte eingefallen und ruf ihn nicht mehr an, okay? Tschüss. Sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ja. Nichts will das. Hallo, Schatz. Ist was passiert? Ich weiß nicht. Frag ich dich. Ich darf dir mal was vorlesen, ja? Anita, ich liebe dich, begehre und verehre dich. Dein Rüdiger. Und das da war auch noch dabei. Was geht da? Nichts geht da. Das ist Rüdiger, mein Ex-Freund. Ich weiß auch nicht, was das soll. Da geht nichts. Wirklich nicht. Rüdiger, was war das denn gestern für eine Aktion? Du lässt so ein Quatsch in Zukunft bleiben, bevor ich ernsthaft sauer werde. Nein, ich habe mich aber nicht gefreut. Das ist ein Quatsch. Ja, ich habe mich nicht gefreut. Okay, danke. Rodos Verlag, Klingler, guten Tag. Da haben Sie die falsche Durchwahl. Augenblick. Ein Herr Stein. Soll ich durchstellen? Stein? Kenn ich nicht. Ja, gib her. Ich verbinde. Anita Becker, hallo? Gehst du jetzt gar nicht mehr ran, wenn ich anrufe oder was? Hast du meine Mails bekommen? Lass uns doch mal reden. Komm doch heute Abend nach der Arbeit bei mir vorbei, ha? Ehrlich gesagt, das geht nicht, Herr Stein. Ach, komm schon. Sonst hätte sie mich doch gar nicht durchstellen lassen. In der Tat, Herr Stein, in der Tat. Auf Wiederhören. Naja, Wiederhören klingt ja gar nicht schlecht. Sag mal, stellst du mir jetzt nach oder was? Ich hab zufällig deinen Wagen gesehen und... Was für ein Zufall, wo ich ja hier wohne, ha? Lass mich in Ruhe, sonst... Was denn, was denn? Drohst du mir jetzt, ha? Ich warn dich, es reicht wirklich. Schätzchen, auf Drohungen reagiere ich ganz allergisch. Ein Herr Priest. Hi Anita, ich bin's, Rüdi. Du, ich glaub, der verstellt seine Stimme. Und die neue Nummer gilt dann ab morgen. Die alte Nummer ist gelöscht und funktioniert dann gar nicht mehr. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke. Danke. So, ich habe die Adresse geändert. Das sollte jetzt klappen. Und die alte sollte ich nicht verworben auf die neue. Nein, nein, ich habe allen Kunden Bescheid gesagt, aber danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Anita, haben Sie eine Sekunde für mich? Ja, ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Vielleicht haben Sie ja private Probleme, die mich nichts angehen, aber um ehrlich zu sein, das darf bei der Arbeit keine Rolle spielen. Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, dass Ihre Arbeitsleistung in den letzten Wochen, na ja, sagen wir mal, sehr mittelmäßig war. Ich hoffe sehr, dass sich das bald wieder ändert. Ah ja, kommen Sie doch gleich mal bei mir vorbei, ja. Hallo, hier sind Anita und Florian. Nachrichten nach dem Piepen. Sag mal, ich erreiche dich gar nicht mehr. Oh Mann. Meinst du etwa, dass das hilft? Wo ich doch genau weiß, dass du zu Hause bist. Ah. Darf man reinkommen? Dein Pfeifenkopf ist ja noch unterwegs, oder? Jetzt hätten wir beide mal so richtig Zeit. Ich kenne dich schon noch. So. Und dann bin ich zu Ihnen gekommen. Frau Becker, es ist auf jeden Fall gut, dass Sie hergekommen sind. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Haben Sie denn noch ein paar von diesen E-Mails, oder sind alle gelöscht? Ein paar habe ich bestimmt noch, die konnte man gar nicht alle löschen. Gut, dann tun Sie das bitte auch nicht. Je genauer Sie den Vorfall dokumentieren können, umso besser. Ihre Kollegin hat ja auch eine Menge mitbekommen. Meinen Sie, das würde Sie auch zu Protokoll geben? Bestimmt, ja. Gut. Ja, also wie das aussieht, haben Sie es hier mit einem zu neudeutsch Stalker zu tun. Hier greift das Gewaltschutzgesetz. Das heißt, Sie können beim Amtsgericht eine einstweilige Verfügung erwirken, die es Ihrem Exfreund verbietet, Sie anzurufen oder ihn zu schreiben. Er darf dann gegebenenfalls auch nicht mehr in die Nähe Ihrer Wohnung. Das heißt, es kann ihm verboten werden, überhaupt mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sollte er das dann missachten, macht er sich strafbar und kann dafür belangt werden. Darüber hinaus können Sie eine Anzeige gegen ihn erstatten. Es gibt neuerdings den Paragrafen 238 Strafgesetzbuch, der Vorsicht, das nun bereits seine bisherigen Handlungen in einer Straftat darstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Paragraf hier zutrefft. Frau Becker, Ihr neuer Freund ist doch jetzt sicher bei Ihnen zu Hause, oder? Ich denke schon, ja. Gut, dann sind Sie schon mal nicht alleine dort. Wir fahren auf jeden Fall mal bei diesem Rüdiger vorbei. Manchmal reicht auch schon ein Besuch der Polizei, um jemanden zur Raison zu bringen. Ich gebe Ihnen hier noch dieses Merkblatt. Ich gebe Ihnen hier noch ein Besuch der Polizei, um jemanden zur Raison zu bringen.